herzlich willkommen zurück zu folge 4 von high on life letztes mal in dieser villa und haben uns das warp gerät ja gemobst ja nicht wir haben es ja gekriegt und den minenschlüssel haben wir gekriegt gehen wir doch mal dann jetzt auch hin wir müssen ja immer noch hier grubis ums eck bringen das ist ja unser oberstes ziel quasi rein da so weit geht hier hallo bürger von blim city ich bin magistrat klug noch mehr also klack nack man möchte wissen ob ich bei der nächsten wahl auf eure stimme zählen dafür keine ahnung mal stehen jetzt sagen woher wo sind die bugs noch so ne ja aber ich müsste hoch ich mache ich sowieso fertig hoch nee das war doof waren noch ach und da ist auch weg da war das loch wer labert denn hier hallo ich möchte gerne hier hoch danke wie ging das denn nochmal weiß man nicht mehr wer hier denn richtig spielzimmer drei tage nicht mehr alles vergessen ist das ist das ist das 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 ist das das ich woher so noch mal wo bist du hier da komm her lauf doch nicht weg um zählen wir doch mal weg doch noch eine war basis noch eine war basis ach so einer schon wieder alles kaputt machen hier fangt ich habe auch schon zielvorrichtung okay für da schon das kann ich wie ich da rüber kommen genauso geht auch alles so kein problem hier in dem gelände zack dann gehen wir mal runter ich habe mir eine krass-schöne gemacht aber ich werde es schützen wir sind besser als das keine krass-schöne von mir das ist eine promise nicht von mir muss dazu muss mich so ja dann laufen wir halt auch kein problem ein problem hier aber alle fähig ins gesicht schießen immer ins gesicht schießen ist hier irgendwas tolles nö cool hey warte mal kurz so weiter geht's so 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 ich bin aber sehen du ah ich glaube nicht und hier ich weiß jetzt nur gerne mit dem wir schnelle schleim erzeugen können so dass du mit wenig ja nämlich so cool das hier ist einfach nur ein volleyball oder wo müssen wir denn hin da müssen wir hin zack auf geht da gerade was muss ich einfach tun ok und nun ja what do we have here hat hat geklappt gott sei dank das sind meine bärchen meine bärchen freunde ich soll hier hin und dahin wo soll ich denn da hoch soll ich denn da hochkommen wir gehen mal hier auch nicht das soll müll soll darüber da hoch wie komme ich da hoch wie komme ich da hoch das ist die frage die mir konnte ich doch reden ja aber wie komme ich da hoch da hoch erst mal hier irgendwie hoch aber wie ich weiß es ist nicht aha das hat gerät aber hier doch richtig ich okay Und dann wird er uns eine Blankt-Disk geben? Ja, wir können uns helfen. Oh, was ein Fortuitous-Happenstance. So, was ist dein Plan? Wir haben uns begonnen, unsere Resistenz. Nicht nur die G3-Wir uns entschuldigt, aber sie haben uns desecretiert unsere Wunsch-Sitz und abschuldigt mit unserem sweeten Prinz. Prinz Chosen-Win, das ist ihn. Oh, das ist verrückt! So, du hast diesen G3-Wirken als ein Bargaining-Chip für deinen Prinz zurückgebracht? Oh, ja, das ist smart. Nein, wir haben das überhaupt nicht gedacht. Aber es ist okay, wir wissen, wo die Prinz ist. Sie haben uns mit dem Rest unserer sacreden Gründe und wenn sie eine neue Basis verbraten. Also, du willst uns, es zu entfernen und dann die Thronen-Runde zurückgebracht? Oh, Gott, du würdest das wirklich alles für uns tun? Die Basis ist gerade über diesen Tunnel. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Ich muss einmal hier mein Licht kurz gerade rücken. Ich wundere. So. Gespräch beenden. Und los geht's. Wir werden einen Prinz retten. Vielleicht, ja. Hier lang? Ach, hier lang. Oh, shit, this must be the place. Okay, let's clear it out. Wir clearn ist auch hot. Kein Problem hier. Oder doch? Kein Problem. Kein Problem. Nicht blöd. Blöd. Ein Disk. Ein Disk. Ein Disk. Ja, gut. Und. Heilige Städte. Rein damit. Mit. Nice. Zeit, um den Prinz zu treffen. Hoho. Wie reicht das Licht noch nicht? Na guck, jetzt bin ich auch flüssig. Ah, der Warp-Disk. Weiß ich nicht. Ja gut. Die klärnert schon. Da bin ich mir sicher. Hüpf. Hüpf. Zack. Oh. Ach, alter Maul. Ja, und jetzt? Ja, trotzdem noch irgendwie. So nicht. Tschüss. Guck mal. Können ich verdrücken? Nee. Bringt noch nix. Ach, scheiße. Dreck. Da muss ich hin. Ja, aber wie? Ja, wir müssen irgendwas schießen. Ich gucke mir erstmal die Kiste. Das finde ich ist immer eine gute Idee. So. Und hier komme ich doch, ne? Ja. Das ist ja dann Quatsch. Kann ich hier irgendwie Dinge tun. Vielleicht doch bestimmt nicht durchlaufen, oder? Da muss ich hin. Wie komme ich da hin? Ich verstehe nicht. Hm. Hm, hm, hm. Hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Oh, okay. Oh. Okay. Ich raffel nicht. Wir gehen mal wieder zurück hier. Muss ja irgendwie da noch was geben, ne? Irgendwas muss ich doch übersehen haben. Oder etwa nicht. Oder ich bin eindeutig zu blöd. Das ist möglich. Hier noch irgendwas zu erzählen. Ich will nichts mit dir reden. Das ist vollkommen richtig. Wir wollen mal hier weiter, ne? Gucken wir mal, was hier so geht. Guck mal, hier geht's hoch. Zu früh. Jetzt, ja. Trotzdem da runter. Ja, aber. Was ist das denn hier? Ah, cool. Okay. So kommen wir wieder nach Hause. Ist ja auch spannend. Gucken wir mal, wie wir da hinkommen, wo wir hin müssen in der nächsten Folge, ne? Jetzt haben wir zumindest schon mal eine Warp-Disk. Und, ja. Mal schauen. Ist ja im Fernsehen gucken noch. Und dann geht ab in Bett. Euch. Schönen Abend, schöne Woche, schönen Morgen, wie auch immer, wann auch immer ihr das guckt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017